Herzlich Willkommen auf meinem Kanal! Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen aus Papier und Naturmaterialien. Zuerst möchte ich mich für die netten Kommentare bedanken und die neuen Abonnenten begrüßen. Vielleicht mache ich ein Atelierrundgang, damit du siehst, wo ich so meine kreativen Stunden verbringe, aber dafür muss ich zuerst noch ein bisschen aufräumen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du aus dem hier einen Kürbis machst. Das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Heute geht es um Kürbisse. Du kannst, wie gesagt, Zeitungspapier verwenden, du kannst Pappe verwenden oder du kannst Verpackungen von Eiern verwenden. Einfach alles, was grundsätzlich Papier war, aber benutze nicht, mein Hund ist gerade, hat fast eine Lichtinstallation umgeworfen. Wie gesagt, du kannst alles verwenden, was aus Papier ist, aber nicht, was Hochglanz ist. Also Hochglanzpapier wie Magazine und so kannst du für den Aufbau verwenden. Das geht, aber nicht für die Papiermasse. Wenn du nicht weisst, wie du die Papiermasse, also sprich Pulp herstellst, dann schau dir ein älteres Video von mir an. Das heisst, soviel ich weiss, wie man eine eigene Vase herstellt. Im ersten Teil siehst du, wie ich diese Papiermasse herstelle. Schau da mal vorbei. Und dann würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche dir viel Spass dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Nun hoffe ich. Es war eine Inspiration für dich. Und ich konnte dich dieser Materie ein bisschen näher bringen. Dekorieren musst du jetzt leider selber. weil meine sind alle schon eingepackt und gehen auf die Reise zu einer Ausstellung. Aber ich glaube, du bist kreativ genug, um etwas Schönes zu gestalten. Wenn du Fragen hast, schreib es mir bitte unten in die Kommentare oder wenn du Anregungen hast, darüber bin ich sehr dankbar. Auch über ein Like oder über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Damit kannst du meine Arbeit unterstützen und es kostet dich nichts. Was ich das nächste Mal zeigen werde, weiss ich noch nicht, aber es wird mir sicher was einfallen. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, umarm deine Liebsten, bleib kreativ, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss Zähme. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.